Hallo Leute, heute kommt ein neues Video und zwar ja, falls euch fragt, falls die Leute in die Kommentare schreiben, irgendwas, zum Beispiel du wolltest das machen oder das, das, diese Videos sind vorproduziert, Leute, heute ist wie gesagt Dienstag, das Video wird wahrscheinlich Mittwoch kommen, und ja, gehen wir wieder da rein, wie gesagt, ich habe noch nicht einmal gespielt, wir waren vorigem mal da, und jetzt machen wir heute, ja, wir machen das heute bis Ende, Leute, weil damit wir schnell fertig werden können, machen wir das bis Ende, Leute, das macht echt mit euch Spaß, Leute, das zu machen, macht mir ein richtiges Spaß, und ja, und ich habe neue Informationen von den Schulen bekommen, und zwar ja, es hat sich leider einen Gruppentag verändert, es werden wahrscheinlich keine Videos mehr kommen können, also wenn Schule beginnt, müssen wir alle Aufgaben machen, dies, das, und da haben wir leider keine Zeit, aber natürlich wird in Woche vielleicht eins bis zwei Videos kommen können, aber nicht so jeden Tag was drei Videos, wenn ich glaube nicht kommen, außer wenn ich jetzt alles vorproduziere, dann kommt natürlich alles, aber das wird glaube ich auch nicht so lustig sein, alles vorproduzieren, und ja, und ich habe mich zu gestern gedacht, lange kommt kein Bett trinken mehr, vielleicht kommt das auch noch, Leute, also seid gespannt, es muss erst mal diese Abo-Reden kommen, die ist 30, 40 Abo-Reden, wir haben schon die 70 Abonnenten, über, über 70 Abonnenten, bis jetzt halt noch, es geht halt nur runter, jetzt wird nichts Neues, Leute, bin halt schon eingewöhnt, aber naja, lassen wir das mal kurz in die Sache, in die Seite, zum Beispiel jetzt, wenn wir, ja, warte mal, 60, muss jetzt, genau 30 Abonnenten, nach hinten haben wir die 40, da müssen wir noch machen, und noch 40 Abonnenten, dann haben wir die 30 Abonnenten, ja, wir müssen die beiden Abo-Reden, die Wetten machen, Leute, ja, das habe ich fast seit 2020 angekündigt, und ist noch immer nicht gekommen, Leute, tut mir leid, seit, äh, leider, wir könnten halt leider noch nicht machen, weil wegen Corona war alles verboten, aber natürlich wird das eben kommen, Leute, uns ist egal, weil, mir ist eigentlich wichtiger, nicht um die Abos zu verdienen, nicht um, ähm, Geld oder dies, das, Hauptsache, ich kann euch unterhalten, ich habe Spaß, auf jeden Fall, wenn, ich mache jetzt nämlich YouTube so, so, ähm, ohne Freude mache ich das hier nicht, ich habe natürlich Spaß mit euch, Leute, alleine zocken ist auch langweiliger, und ja, und ja, also ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass ich YouTube mit YouTube angefangen habe, da kann ich auf jeden Fall zufrieden sein, okay, ich glaube, ihr versteht mich, aber krass, dass wir, ähm, immer, in den Tagen her, immer die Abos bekommen, warum überhaupt, ich weiß halt nicht, was, was ich, was das Falsche ist, ich versuche, mich momentan zu verbessern, Leute, weil ich mache halt leider auch viele Fehler, wenn man es sehen kann, ich merke das auch sogar noch selber, haben wir hier, es muss natürlich, ähm, jeder YouTuber macht Fehler, Leute, das kann man verstehen, aber jeder YouTuber will sich verbessern, man merkt das nicht, aber man kann es sehen halt dort, man kann jetzt ein bisschen schon merken, dass YouTuber sich verbessern wollen mit, ähm, mit seiner Benehmen, mit weiter, weiter, und heute habe ich mir gedacht, wir machen jetzt bis 30 Leute, weil, ich glaube, wir verlieren aber die ganze Zeit nur, ja, bis 30, bis 30 Leute, dann ins Ende, Gelände, na, okay, jetzt hat leider tut mir leid, dass ich grad, so peter, weil, ich hab das Spiel schon lange nicht mehr gespielt, mhm, mit dem rechten Daumen ist, überhaupt nicht gut, Leute, das ist irgendwie voll komisch, was, nein, das kann doch nicht wahr sein, das ist mir voll egal, nein, Leute, das kann echt nicht wahr sein, wir sind vorm Ende und ich sterbe vorm Ende, das kann echt, das kann echt nicht wahr sein, Leute, ich raste gleich aus, ich raste gleich aus, nein, nein, das ist zu klein, Leute, diese Teile sind zu klein, mhm, perfekt, ist einfach nur der Fake, Leute, es kann einfach nichts sein, was man hört, dass ich so, auf meine Hände tippe, das ist normal, Leute, man hört das, ich weiß nicht warum, obwohl ich ganz normal tippe, Leute, ich tippe ganz normal, ich tippe ganz normal, ich mach das jetzt wieder mal, nein, mir, ich mach das drüber, wir müssen diese Scheiß, ups, Leute, wir müssen es halt schaffen, ja, endlich, Leute, ja, ja, seid froh, Leute, Level 27 reicht, nicht so geil, okay, ich wollte gerade durchgehen, nein, 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 nehmt das nicht, aber das ist lustig, das ist so peinlich, Leute, halt, ja, okay, gleich, 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 ja, immer noch das letzte, eh, nein, die beiden noch, noch zwei Runden, dann ist es zu Ende, nein, warum geht das so, so, nein, okay, fast, nein, nein, Leute, immer noch das letzte Level, dann ist alles zu Ende, für heute, ich hab jetzt auch die Uhr nicht, ich versuche, wie spät es ist gerade, nein, wir machen jetzt mit 100, Leute, mir ist es egal, ohne das hier so wenig, nein, okay, ich glaub, langsam, muss das das letzte Level sein, müssen wir es aber noch machen, noch machen müssen wir es, Leute, habe ich gesagt, ich höre sie jetzt nicht auf, egal was sie ist, ja, 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 okay, 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 Leute, 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 nein, ich mach, nein, ich mach das, mega, ich will durchkommen, nein, okay, das war's, tschüss, tut mir leid, dass ich jetzt gerade aufhören muss, weil es geht halt leider nicht, ich hab so viele Sterne verschwendet, heute war's mit 29, ich hab leider, ähm, muss leider aufhören, weil sonst bekomm ich die Krise, und ja, ich hoffe, ich verbessere mich noch hier und ja, haut rein, habt noch einen schönen Tag, passt immer auf euch auf, bleibt gesund einfach, ja, tschüss.